ein schöner dodge später ja und jetzt tor damit oh nein oh nein mein backflip konnte ich nicht mehr nein mann ich wusste ob ich ihn da wegschlagen soll oh no the last second ja jetzt auf grad zu gehen ist das nicht richtig schlau ja ich war hinter dir als für den fall gekommen dass er am post nach ich dachte da kommt ein gegner gefahren gut dass nicht gut dass er du den stanz moment ist dann hinten ich stand hinten nee nee geht der ball hoch mann jetzt hoch peter hoch schade so dann muss ich noch mal mein manuel neuer oliver karen verschnitt rausholen ja er kann ja nur noch gewinnen mitte ich stehe mitte 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 aber ich habe mich gefickt er hat mich gefickt er hat mich gefickt er hat den ich habe sie gefickt auch noch mal stark stark kann ich nur pops an peter ausgeben nebenbei so stabiler die wette wird kühlt ja richtig muss nur so die wette kühlt der korte irgendeiner von uns hat gott geblasen an gerade hat ein gott geblasen oh shit nein oh mein gott was ist das passiert das trifft gar nicht mann lass heute auch noch peter scheiße mann ich schlaggebootensänger werden damit er nicht reingeht nein stopp ja 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 oh mein gott da musst du boosten peter hat schon geboostet die ganze Zeit die sauer ha 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 alter so ich schlag mal bei der junge maus balle in der junge marius ich bin hier lass 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 ja ja geil was für ein opfer junge ja ja das dauert mich hoffentlich das wird drauf bitte boing Norris oh ja warte 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 ja ja warte ist ein bisschen schlecht der ist schon drin warte 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 der ist leider schon drin Kollege Ja, war scheiße, muss ich sagen, muss ich scheißen. Wirst du scheißen? Nein, warum? Den hol ich mir. Okay, war es heute nicht? Man! Peter, warum steht denn da keiner, ey? Peter, warum steht denn da keiner, meine Güte? Sorry. Lass mir mal einen tollen Flot. Hahahaha! Dein Tor! Warte, was? Ich war da hinten, aber Peter hat mich blockiert. Was? Mein Tor war geklappt! What? Alter, ich hab die Schraube Bolognese in der Luft des Tunes gemacht, ja? Und du... Peter hat mich halt blockiert, während ich... Ja, aber das heißt doch nicht, dass es dein Tor war, du Arsch! Hallo? Ich hab fette Schraube Bolognese gemacht, ja? Was soll die Scheiße? Das hat mich grad so an Patrick und die Schokolade erinnert. Schraube Mortadella hab ich gemacht, Alter. Du hast mein Tor geklappt! Ich... 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 Ja, ich... 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 Nein, ich werd weggepackt hier. Nein! Nein! Der ging eindeutig an Tor, aber nicht gegen mir! Der ging eindeutig an Tor, aber nicht gegen mir! Willi, ey! Dann mach ich... Dann mach ich... Dann mach ich zwei gegen Willi! Zwei gegen Willi, okay! Ich hab halt nur zwei Hände, was soll ich machen? Ja, dann mach ich aber fünf gegen Willi, weil du fünf Finger hast! Ja, dann wär's aber... Fünf gegen Willi, ja! Zwölf? Warum fünf? Was? Zwölf? Seit wann hast du sechs Finger angedacht? Fünf, fünf! Junge, fünf Finger mal zwei Hände! Ja! Ja, das sind nicht zwölf! Das sind... Das sind... Das sind zehn Finger und zwei Hände! Ja! Wären zwölf! Ja, oder? Was? Du hast das nicht gemacht? Wieso nein? Mach es! Weil ich den genauso haben wollte! Genauso wollte ich den haben, bitch! Genauso! Okay! Junge! Genauso wollte ich den haben! Ja, ja, ja! Warum nach hinten? Weil ich wusste, dass das passiert! Nein! Nein! Ja, das war grad ein Highlight, wie Peter im Tor... Im Kreis gefahren ist! LOL! Ist dir schief? Ahhh.... Du Blit! Peter hat doch sich langestuppst! Geil! Du musst das! Na scheiße, was tu ich! Auuuiuii! Hehehehe! 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 Die Feuerwehr kommt! Naaaah, du! Geh einfach mit! Tschüss! Danke für den Stream! Ich wünsche euch viel Erfolg! Danke! Boah! Nein! Ich wünsche euch viel Erfolg! Danke! Oh shit, was geht los? Boah, er hat mich outplayed. Da reden wir nicht drüber auf, gell? Glaub ich nicht. Du BITCH! Ah nein, ich bin die BITCH! Du BITCH! Du hast mir meinen Klau geklaut, Digga! Du BITCH! Doch, doch! Ja, guck mal wie ich da angefangen hab! Ja! Ich hab mir das geholt, was mir gerechtfertigt zustand! Nee, nee! Alle drei, alle! Rennt den Ball hinterher, holy shit, ey! Mit dem einen hab ich mich hin gekeppelt. Waren nur vier. SPRING JUGE! Ich wurde weggeballert. Ah, es hat er nicht schlecht gemacht. Ich wurde gedemot. Ah scheiße, da hab ich nicht mit gerechnet. Ich bin blind irgendwo hingefahren. Ich hoffe jetzt, weil ich... Doch, ich hab Marius eingebaut! Du wurdest nicht gedemot! Ich hab den Gator-Demot nicht! Was bist du? Ich kann keinen Boost mehr aufnehmen. Und ich treff keine... Oh nein, der... Wie? Oh nein! Ich bin grad am Ball! Wie, du bist am Ball? Du liegst hier auf dem Rücken! Machst nichts! Du liegst im Gegner-Tor! Was? Ich hab die Verbindung zum Spielbund unterbrochen! Hä? Ich bin der mit Internet-Problem! Mach mich nicht nach! Was war das denn jetzt gerade? Bei mir liegst du im Gegner-Tor auf dem Rücken, aber ich hab bei dem Tor geschossen und du bist weg! Und die Gegner sind auch weg! Scheiße, das war's! Boah, ärgerlich, ey! Ärgerlich! Ich becher mich weg, ey! Ich bin der mit der Schöner! Der Schöner, Junge! Jau! Ja, aber jetzt ein bisschen vielleicht ja doch! Der Schöner war's! Ja, der war nicht... Oh, ne! Oh! Oh, mein Gott! Nein! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Nein! Oh mein Gott!